Ein Visionär, zahllose Rückschläge, jahrelange Forschung und schließlich die Enthüllung. Die Spring Drive, eine revolutionäre Uhr, die wohl das Beste aus Mechanik und Elektronik vereint. Was steckt dahinter? Wie genau laufen diese Uhren? Und sprechen wir hier wirklich von Luxus? Hallo zusammen, mein Name ist Simon der Gezeitenpander und heute in dem Video soll es um Spring Drive gehen. Ihr habt ja beim letzten Video über die Quarzuhren gesprochen und da sind auch sehr viele Kommentare von euch gekommen. Das hat mich riesig gefreut und dann habe ich mir gedacht, das Thema Spring Drive, das ist bei den einen schon bekannt, bei den anderen vielleicht nicht. Das muss auf jeden Fall aufgegriffen werden. Deswegen heute in dem Video für euch möchte ich über das Spring Drive System von Saiko sprechen. Um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, am Anfang möchte ich ein bisschen die Entwicklung, wie kam es zu diesem Spring Drive System, dann was ist überhaupt dieses Spring Drive System, das ihr euch darunter einfach ein bisschen mehr vorstellen könnt und zum Ende noch, was macht dieses System eigentlich so einzigartig und was macht es aus? So ein System in seiner Uhr vielleicht zu haben. Bevor wir aber mit dem Video loslegen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dem Video einen Daumen nach oben da lasst und wir fangen direkt an. Ich habe hier auch schon eine Saiko stehen. Ja, woher kommt Saiko? Saiko, japanischer Werkehersteller, japanischer Uhrenhersteller, sind sehr bekannt geworden durch ihre Quarzuhren. Ich habe auch jemals so eine Saiko-Quarzuhren noch bei mir gefunden und diese Quarzuhren, die sind eben sehr günstig, sehr preiswert. Als sie dort mal jetzt aufkamen, so in den 80er und 90er Jahren, haben sie wirklich so den Weltmarkt überflutet und die ganzen Schweizer Luxuhrenhersteller haben sich da auch wirklich Gedanken machen müssen, wie stellen wir uns jetzt neu auf, weil diese Quarzuhren natürlich viel genauer gelaufen sind als die mechanischen Uhren. Und Saiko hatte einen visionären Ingenieur. Ich blende euch hier mal den Namen ein, weil ich den nicht aussprechen kann. Und dieser Ingenieur, der hat 1977 angefangen, sich damit zu beschäftigen, dass er die ewige Uhr praktisch entwickeln möchte. Und er wollte eben Mechanik und Quarz miteinander kombinieren, dass praktisch eine Uhr sowohl die Vorzüge von einer mechanischen Uhr, also die Kraft und die Energie, nutzen konnte, aber auf der anderen Seite auch eben die Genauigkeit einer Quarzuhren, weil die Quarzuhren durch den Quarz, der den Takt angibt, eben sehr genau sind. Und das hat dann 28 Jahre gedauert und auch sehr viele Rückschläge musste er da mit einbeziehen. 600 Prototypen, habe ich gelesen, musste er da entwickeln, bis er dann wirklich 2005 mit Grand Saiko dann wirklich ein Modell auf den Markt gebracht hat, und zwar die Spring Drive, eine Technologie, die eben beides nun vereint. Und diese Technologie, die schließt sich jetzt eben zusammen aus der Mechanik, also der mechanischen Energie praktisch, die von der Zugfeder kommt, und dann eben der Quarz-Technologie, die eben die Genauigkeit, also die Taktgebung zusammenbringt. Und dann kommen wir jetzt auch schon gleich zum zweiten Teil von dem Video, und zwar, wie funktioniert jetzt diese Spring Drive-Technologie? Saiko nennt es eben das Tri-Synchro-Regulationssystem, und das ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben drei Energiequellen. Wir haben zum einen die mechanische Energie, die elektrische Energie und die elektromagnetische Energie. Und fangen wir vielleicht mal an mit der mechanischen Energie, die ist am einfachsten für euch auch zu verstehen. Das ist die Energie, die vom Federhaus kommt. Ich habe hier wieder meine Feder dabei. Das ist einfach die Feder, die wir in der klassischen mechanischen Uhr haben, die die Energie eben bringt. Die wird zusammengewunden, ganz klein in das Federhaus rein, und dann entfaltet sich eben, wenn sie aufgezogen ist, diese Kraft, also die Spannung von dieser Feder, und das liefert uns die Energie, die das Räderwerk, die Räder in unserer Uhr eben antreiben. Und diese Kraft nutzt eben auch das Spring Drive-System. Also wir haben hier eine ganz klassische Feder drin in unserem Federhaus. Die überträgt die Kraft an das Räderwerk. Und jetzt kommt der Clou, am Ende des Räderwerks ist eben nicht wie bei einer normalen mechanischen Uhr ein Anker, Ankerrad und eine Unruhe, also das Element, was sich immer schnell dreht, wo eben unsere Uhr reguliert und den Takt eben vorgibt. Nein, da befindet sich jetzt ein Rotor oder ein sogenannter Kleidrad. Und dieses Kleidrad, das ist umgeben von einer Spule. Und wenn jetzt praktisch dieses Rad praktisch sich dreht, dann funktioniert es ähnlich wie so ein Dynamo. Und das ist praktisch der erste Step. Es wird hier praktisch diese mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Also wir stellen praktisch Strom her mit diesem System. Und dieser Strom regt dann praktisch einen Quarz-Oszillator an. Das ist dann gleich wie bei einer normalen Quarz-Uhr. Da kommt eben dieser Strom von der Batterie. Und jetzt hier bei unserer Spring-Drive-Technologie kommt eben diese Energie oder dieser Strom dann von diesem Dynamo, sage ich jetzt mal. Und dieser Quarz, der wird dann eben angeregt. Hinzu kommt noch ein IC, ein integrierter Schaltkreis, der das Ganze eben steuert. Der wird auch mit dem Strom versorgt. Und jetzt tut dieser IC praktisch den dritten Step einleiten. Und zwar, er misst jetzt diesen Takt von diesem Quarz-Oszillator. Also er misst die Taktfrequenz. Das sind die 32.768 Hertz, glaube ich, die dann dieser Quarz-Oszillator hat. Und die gleicht er ab mit diesem Gleitrad, das sich eben ja dreht. Und damit sich dieses Gleitrad eben auch nicht einfach Vollgas abdreht, praktisch durch die ganze Energie, die von unserem Räderwerk jetzt kommt oder von der Feder ursprünglich, ist da eben drumherum noch so eine Art Magnetbremse. Und die wird jetzt eben auch von diesem IC, also von dem integrierten Schaltkreis, gesteuert und abgeglichen. Also dieses Rad wird praktisch so schnell gedreht, dass es sich in einer Sekunde achtmal dreht. Und dementsprechend haben wir eine Gangabweichung von einer Sekunde am Tag. Und diesen Abgleich, das macht eben dieser IC, also der nimmt die Frequenz von dem Quarz-Oszillator, gleicht sie ab. Also diese, wenn man das sich so wellenförmig vorstellt, legt diese Wellen übereinander in dem Sinne und gleicht das eben ab. Und hemmt dann dieses Gleitrad so, dass es dann eben nicht so schnell sich dreht. Und dann haben wir eben eine sehr genau laufende Uhr. Also das ist so im Groben dieses System jetzt mal erklärt. Die Kraft von diesem Gleitrad natürlich dann über weitere Räder an das Zeigerwerk übertragen, dass wir auf dem Zifferblatt dann über die Zeiger auch die richtige Anzeige eben haben. Und nun zum nächsten Teil. Was macht diese Technologie eigentlich nun aus? Also zum einen natürlich die extrem hohe Präzision von diesem Uhrwerk. Denn bei so einer mechanischen Uhr, da können wir auch, wenn wir eine sehr genaue haben, oder selbst wenn sie ein Turbio verbaut hat, das ist nochmal ein spezielles System, kann ich auch mal noch darauf eingehen, wie es funktioniert. Aber selbst wenn wir irgendwelche ganz High Complications haben, dann ist es schon sehr schwer, ein Uhrwerk herzustellen, ein mechanisches, was eine Gangabweichung hat von einer Sekunde am Tag. Und Cross Psycho gibt eben jetzt hier bei dem Spring Drive System sogar vor, dass es eine Abweichung ist von 15 Sekunden im Monat. Das heißt von weniger als einer Sekunde am Tag, was wir Abweichung haben. Und das ist wirklich schon sehr genau und ist mit einer mechanischen Uhr einfach nicht einfach hinzubekommen. Also es ist schon mal die eine Sache, die wirklich hier sehr herausragt, die hohe Ganggenauigkeit. Das zweite ist halt der wirklich sehr beeindruckende Zeiger, denn der schwebt wirklich über das Zifferblatt. Denn dadurch, dass wir nicht wirklich wie bei einer mechanischen Uhr, also eine richtige Hemmung haben, wo das Uhrwerk wirklich für einen kurzen Moment zum Stehen praktisch kommt, durch das, wenn der Anker dann eingreift und das eben wird das Tick-Tack, was wir auch hören, wenn er eben einfach kurz das Uhrwerk bremst, hemmt, das ist hier eben nicht. Also das Rad, das dreht sich durchgehend und dreht sich aber halt achtmal pro Sekunde, dieses Schwingrad. Aber es gibt keine Unterbrechung. Deswegen läuft der Zeiger wirklich ganz smooth, kleidet er über das Zifferblatt. Wir haben nicht wie bei einer Quarzuhr, wo wir eben so dieses Abgehackte haben, wenn dann der Rotor eben diesen gegenpoligen Impuls entfährt und dann dementsprechend immer so dieses Abgehackte. Und wir haben auch nicht wie bei einer mechanischen Uhr, dass es eben so ein leichtes Ruckeln ist, sondern wir haben ja wirklich einen sehr gleitenden Gang und das habe ich so in der Art auch noch nirgendwo anders gesehen. Und das Letzte ist die beeindruckende Gangreserve. Denn auch wenn wir hier keine Batterie haben, haben wir hier trotzdem eine Gangreserve von 72 Stunden. Und das schafft zum einen Crossaico, indem sie hier eine spezielle Legierung bei ihrer Aufzugsfeder haben, die eben es möglich macht, dass die Feder eine sehr hohe Spannung hat und dementsprechend auch lange für diese Energie sorgen kann. Und hierzu kommt, dass dieses Spring Drive System wirklich sehr, sehr wenig Stromverbrauch, sehr effizient läuft. Speziell auch in diesem Rotor ist eine spezielle Spule verbaut, wo eben Crossaico herausgefunden hat, dass mit 25.000 Umdrehungen, Spulen, Windungen, das eben sehr effizient läuft. Und dadurch schaffen sie diese 72 Stunden. Das heißt, es kann auch wirklich mal am Wochenende liegen. Haben aber andere Uhrenhersteller mittlerweile auch schon geschafft. Aber trotzdem, diese Gangreserve und das alles ohne Batterie bei einem mechanischen Uhrwerk ist trotzdem noch sehr beeindruckend. Ja, und wer sollte nun zu so einer Spring Drive Technologie eigentlich greifen? Ich sage ganz klar, jemand, der fasziniert ist von Mechanik und fasziniert ist von dem, wie ein mechanisches Uhrwerk funktioniert, der kann durchaus zu so einer Spring Drive Technologie greifen. Denn wir haben hier immer noch ein mechanisches Uhrwerk. Wir haben auch bei den Uhren einen Glasboden, wo man diesen Rotor, diese Schwungmasse eben durchsehen kann. Man kann hier dieses Schwingrad sehen, sieht, wie sich das durchgehend eben diese 8 Mal pro Sekunde dreht. Sehr beeindruckend, alles anzusehen. Und ganz toll, wir haben in diesen Uhren keine Batterien. Also sie sind auch sehr nachhaltig. Es muss hier nicht ein Batteriewechsel gemacht werden, wie bei einer Quarz-Uhr. Es muss allerdings, wie auch bei einer mechanischen Uhr, und da sagt Grand Saico, so alle 5 Jahre auch mal ein Service gemacht werden. Das ist dann vielleicht bei Grand Saico auch nicht unbedingt der einfachste Weg, denn die Uhr muss dann eventuell nach Japan gehen, weil vielleicht nicht jemand im Umkreis von dir in der Lage ist, so ein Spring Drive System eben zu warten. Aber wenn man reichen jetzt auf die Nachhaltigkeit gehen möchte und wie gut das Ganze repariert werden kann, dann ist das wirklich eine tolle Technologie. Und wir haben hier ein sehr präzises Uhrwerk, trotzdem mechanisch keine Batterie. Und ich finde, es ist eine tolle Lösung, die die da geschaffen haben. Und ich finde es sehr beeindruckend. Ich selber habe keine Spring Drive, finde es aber faszinierende Uhren und möchte es nicht ausschließen, dass auch irgendwann mal in meiner Uhrensammlung solch ein System aufgenommen wird. Und noch für alle, die sich die Frage gestellt haben, ob es sich hier wirklich auch mit Luxus zu tun hat, die Frage, die kann ich ganz klar bei Grand Saico mit Ja beantworten. Da sitzen wirklich sehr qualifizierte Uhrmacher dran und das ist wirklich eine sehr tolle Handwerkskunst, die da Grand Saico liefert. Da können sich auch andere Marken durchaus eine Scheibe von abschneiden. Also was Luxus angeht, habt ihr hier erstens sind natürlich Luxuspreise, weil wenn wir jetzt hier eben vielleicht UVP von 6.000 Euro oder Franken sprechen, dann ist das nicht günstig, aber wir haben hier auch nicht gleich irgendwie ein Uhrwerk, wo wir für jetzt eben, oder eine Uhr, wo wir für jetzt 20.000 Euro zahlen müssen, wobei es bei Grand Saico auch natürlich teure Modelle gibt. Und ihr habt dann wirklich trotzdem sehr toll gefertigte Uhren und das ist wirklich auch Luxus. Und jetzt nicht irgendwann was, was mit den einfachen Saico Uhren vielleicht zu vergleichen ist, die natürlich in einer anderen Preisrange spielen und dementsprechend auch eine andere Qualität, was die Materialien und auch die Fertigung von den einzelnen Komponenten angeht. Einfach bei Grand Saico haben wir wirklich Luxusuhren. Damit ihr euch noch ein bisschen vorstellen könnt, in welcher Preisrange wir uns hier befinden, gebraucht fangen die so bei 3,5 an und wenn ihr sie dann neu kauft, also UVP, dann liegen sie so bei um die 6.000 Euro oder schwarzer Franken. Also wirklich ein sehr spannendes System. Ihr könnt euch gerne mal anschauen auf der Homepage von Grand Saico die Modelle, die sie dazu anbieten. Und ich danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schreibt auch unten in die Kommentare rein, was ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht habt mit dem Spring Drive System, ob ihr vielleicht so eins habt. Ich habe auch bei manchen von euch schon gesehen, ihr habt so eine Spring Drive oder so eine Karo Saico. Finde ich sehr faszinierend. Ich tausche mich da gerne mit euch aus und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.